Kapitel 5 – Ausarbeitung und Finalisierung der Restauration mit dem Malfarben- und Glanzbrand Nachdem Sie den Dentin- und Inzisalbrand erfolgreich durchgeführt haben, folgt die Ausarbeitung der Restauration. Arbeiten Sie mit Diamantschleifern eine natürliche Zahnform und Oberflächenstruktur aus. Formen Sie Wachstumsrillen und konvexe bzw. konkave Stellen nach. Erhabene Stellen und Bereiche, die nach dem Glanzbrand stärker glänzen sollen, können Sie vor dem Glanzbrand mit Silikonpolierern vorpolieren. Reinigen Sie die Restauration nun gründlich mit dem Dampfstrahler und trocknen Sie sie mit ölfreier Luft, bevor Sie an die individuelle farbliche Abtönung und Oberflächenbemalung gehen. Führen Sie kleine Farbkorrekturen direkt mit dem Glanzbrand durch. Größere Farbkorrekturen nehmen Sie vor dem Glanzbrand in einem separaten Malfarbenbrand vor. Falls eine farbliche Abtönung nötig sein sollte, verwenden Sie die gewünschte Farbe und Menge IPS EvoColor Shade. Verdünnen Sie sie je nach gewünschter Konsistenz mit IPS EvoColor Mixing Liquid Allround oder Long Life. Tragen Sie IPS EvoColor Shade im Hals- und Körperbereich auf und kontrollieren Sie die Farbanpassung mithilfe des Farbschlüssels. Vermeiden Sie Flüssigkeitsansammlungen und einen zu dicken Farbauftrag. Intensivere Farben erreichen Sie durch wiederholtes Bemalen, nicht durch einen dickeren Farbauftrag. Für individuelle Charakterisierungen verwenden Sie die Malfarben IPS EvoColor Essence. In Vorbereitung darauf reinigen Sie die Restauration zunächst gründlich mit dem Dampfstrahler und trocknen Sie sie mit ölfreier Luft. Entnehmen Sie die gewünschte Menge IPS EvoColor Essence und mischen Sie sie, abhängig von der gewünschten Konsistenz, mit dem entsprechenden IPS EvoColor Mixing Liquid an. Sie können sie auch mit IPS EvoColor Essence Fluid anmischen. Verwenden Sie für den Glanzbrand die Glasurmasse IPS EvoColor Glaze. Bei natürlich seidenmatt glänzenden Restaurationen reicht bereits wenig Glasurmasse. Den Glanzgrad steuern Sie über die Menge der aufgetragenen Glasur, nicht über die Brenntemperatur. Applizieren Sie die Glasur mit einem Pinsel auf die gesamte Verblendoberfläche. Nehmen Sie, falls nötig, Farbkorrekturen auf der bereits aufgetragenen Glasur vor. Führen Sie den Glanzbrand mit Glasurmasse unter den vorgegebenen Brennparametern durch. Vielen Dank! Vielen Dank.